äh starten ja save, direkt Video demonetarisiert gestrikt, gebannt, alles weg alles was du wirst weil die können jetzt kein Raka mehr pingen Brainsel, ne? weil die haben ja schon nen Trash ja, ne, tschüss das war's damit der Aufnahme, ich bin heute ja, mein bester Freund macht ja auch Videos, ne? Link in der Videobeschreibung erstmal die Neko reporten aus dem Gegner-Team weil die G2 supportet haha, du geteilt ok, wo ihr wer, I don't give a shit gönn dir mein Guardian ja, du bist hast n richtiger Spaß, die Olle Shit das ist auch so, wenn du keinen Support spielen kannst und wenn du keinen ADX-Shield-Kill spielen kannst auch in Game 2 würde ich mal schwer aber haupt nur, oder? aber nur, wenn du mir versprichst, dass du das game ne ich kann nichts machen ich kann nichts machen Unlucky juuuuu das geht